Frühmorgens, Schichtwechsel in Ingolstadt. Doch diesmal wartet vor Tor 10 eine Überraschung. Bernhard Fleischmann und sein Team von den Bayern 3 Frühaufträgern hat sich für die Audianer was Leckeres ausgedacht. Wir von Bayern 3 haben heute die Ehre, Audi-Mitarbeiter, die jetzt vom Schichtwechsel kommen, mit einem kleinen Frühstück und einem kleinen Lied zu beglücken. Das Frühstück, bestehend aus der Nürnberger Spezialität 3 im Weckler, kommt hier sehr gut an. Lecker, ihr dürft morgen wiederkommen, wir sind begeistert vor eurem Frühstück. Gutes Abendessen nochmal, da kann man bestimmt gut schlafen drauf. Wir waren jetzt ziemlich überrascht, wir haben es beim Reinfahren gehört im Radio, haben wir gedacht, da schauen wir doch jetzt gleich vorbei. Und super Aktion, ich habe doch mal was geboten. Und wie vom Bayern 3 Moderator angekündigt, auch gesungen wird vollmundig. Wie jeder Song geht auch dieses Lied direkt in die Radios, der täglich rund eine Million Hörer der Bayern 3 Frühaufträger. Ziel der Sendung ist, die Menschen gut in den Tag zu bringen. Deshalb geht es für die Frühaufträger dann auch noch rein ins Werk. Schließlich soll die Frühschicht auch nicht leer ausgehen. Hat sich Audianerin Julia Schels gedacht und für ihre Abteilung Frühstück gestellt. Also Julia war vorher bei mir und hat gesagt, hey, der hat uns einmal versorgen, wir sind in der ganzen Abteilung. Und du bist, glaube ich, ein bisschen ausgebracht worden vorher? Ja, genau. Hat sich keiner gesagt, dass ich da runter traue. Deswegen jetzt bitte einen Applaus für die Kollegin, die das gebergreifiziert hat. So, also, Würstelsemin sind fertig. Bezahlt wird das Frühstück auch hier wieder mit wunderschönem Chorgesang. Die Bayern 3 Frühaufträger bei Audi. Eine rundum gelungene Überraschung.